Revolution ist das Morgen schon im Heute, ist kein Bett und kein Thron für den Arzt bequemer Leute, denn sie lebt in dem Sinn, dass der Mensch den Menschen wert ist. Auf der Suche nach einer eigenen Musik galt die Band nach allen Seiten als unbequem, besonders bei den Kulturbehörden. Es war ein freies Bewegen in Raum und Zeit. Sie sind von uns zum wiederholten Mal belehrt worden, die Gesetze und Bestimmungen unserer sozialistischen Kulturpolitik einzuhalten, was mir fehlt. In einem Land, in dem man nicht ausreisen darf, kann man nicht leben und das deutsche Volk ist ein Volk von Denkern und Barbaren. Es war dieser kleinkarierte Staat, der uns nach unten drückte und gleichsam hochpuschte. Die Kommission hat beraten und ist zu dieser Entscheidung gekommen. Dann war Schluss! Zwischen Liebe und Tom, reift der Mensch und er bewegt sich. Auf sich zu immer mehr, was für den nicht angenehm ist. Aaaaaah! Aaaaaah! With a whole lot of love!